ich wollte mal zeigen wie man auch die Videos herausschneiden können und da hier ungefähr ein hier dieses Stückchen hier würde ich versuchen rauszuschneiden dann müsste ich hier rausgehen unter bearbeiten teilen geht man drauf und dann muss man hier entfernen drücken dann spule ich das Video mal ein bisschen vor das Video geht hier so ein bisschen vorspulen hier vorspulen wo das Rennen vorbei war dann sind die Punktzeilen von und zwar hier dann müsste ich da würde ich hier zum Beispiel das hier dieses Stückchen mit Rennen vorbereitet würde ich wieder rausschneiden und die Strecke gewählt wird also würde ich müsste ich hier erst mal teilen kann man ja auch so machen dann würde ich dieses Stück hier rausschneiden bis hier muss man eigentlich noch mal teilen drücken und dann würde ich dies hier entfernen drücken jetzt würde ich dies hier noch mal jetzt mal hier gucken wie weit ich ihn aufnehmen könnte hier also bis hier müsste ich dann müsste ich hier erst mal teilen drücken wichtig erst teilen drücken und dann habe ich hier ewig lange Wartezeit hier diese Rente die sind da muss ich eben noch mal teilen und dann müsste ich hier wieder entfernen drücken dieses Rennen hier auch noch drinnen und dann habe ich hier auch was am Ende rauszuschneiden ab hier teil dieses Endstück hier entfernen jetzt zum Beispiel hier das ging hier auch noch weiter noch mal zeigen wie das ist was und dann das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020